so spiel ist freigegeben jetzt auch hier in der halle vom kommentatoren platz von mir von robbie nochmal hallo was für ein spiel unglaublich felix lobrecht der wilden ball zieht er den an magisch max kruise und da fällt jedoch fast schon das 1 0 nicht gegen wie rot das ist unser goalie of the year of the season war wie rot macht schon wieder wie rot sachen try max in die abseitsfalle geraten von felix lobrecht der mann ist kein berliner der ist brasilianer und try max kommt auch nach hinten zum helfen die ja mit dem konter und die chance team schwarz die dritte minute dia schraubt das spiel auf 1-0 für team schwarz und da bewahrt er die ruhe gegen niklas reichel pascal wiewroth heppala und das gibt es noch nicht und es gibt natürlich direkt den jubel in den blog angepresst angestresst simon ist da die tesis sind zwar nicht im halbfinale gewesen aber sie treffen hier die ja macht das spiel schön breit der princess am start sporting kevin print sport spiel mit dia und niklas reichel bei der arbeit die ja und coach ludwig und jetzt aber auch jetzt aber niklas reichel und das ist ein super ball für lobrecht wie wurde es da und fischt konter bohrer 10 kevin print sport bohrten super erster kontakt und dann gibt ihm eine hauch von scheren schlag super name und dann von bohrten und fast knossi ab der zehnten minute sollst du dich übrigens aufmachen in den ü wagen du hast noch anderthalb drei mit dem ball gewinn drei 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 zwei eins jetzt ist es soweit seid ihr bereit ich glaube und los welcher game changer wird es beim all stars game die galaxy minutes tschuldigung ich bin gespannt was es wird und was wünschen wir uns ich habe da keine wünsche und ich glaube das wird viele freuen zu hause eins gegen eins unsere team manager viel spaß jetzt geht's los Max kruise bohrer ist der spritzig Max kruise und da ist das ding 22 max kruise team gelb ist wieder da ball muss rollen immer nach 15 sekunden muss der abschluss erfolgen max hat noch zeit und max holt noch ein raus 3 2 team gelb führt Kevin prinz bohrten jetzt hat er ihn das gibt's nicht und jetzt aber bohrten das gibt's ja nicht halbe minute noch ausgleich und knossi kommt knossi kommt und knossi und jetzt die eine chance noch für knossi macht er ihn nein trivix klärt den schluss aus 3-3 in unserem manager legendenspiel ein verdientes unentschieden